Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute mal wieder etwas anderes, denn heute soll es mal nur um IBC-Container gehen. Als erstes bin ich gerade auf dem Weg, denn ich konnte noch ein paar IBC-Container ergattern. Also habe ich meine Familie eingeladen, der Anhänger ist am Start und wir fahren mal schnell 200 Kilometer nach Chemnitz und holen 12 IBC-Container ab. Die habe ich über eBay-Kleinanzeigen gefunden, zu einem wirklich, wirklich sehr, sehr günstigen Preis. Ich kann nachher noch was dazu sagen. Ja, es wird immer schwieriger, IBC-Container oder auch IBC-Gitterboxen zu bekommen. In Thüringen bekomme ich seit Monaten so gut wie keine mehr. Wenn, dann überhaupt nur, wenn mal jemand privat zwei, drei Stück abgibt. Ja, also ganz, ganz selten, dass mal Händler welche abgeben. Und wenn, dann zu horrenden Preisen. Ja, für eine Gitterbox oder beziehungsweise für einen IBC-Container ungereinigt, wie ich sie heute hole, habe ich vor ein paar Monaten in Thüringen, wenn ich welche bekommen habe, 50 Euro bezahlt pro Stück. Jetzt habe ich eine Anfrage gestartet bei dem Händler, wo ich immer geholt habe. Jetzt hat er noch welche für 80 Euro ungereinigt. Und das ist echt Wahnsinn. Das, das entspricht keiner Relation mehr. Und heute die Gitterboxen, beziehungsweise IBC-Container, ja, hole ich für sage und schreibe 18 Euro pro Stück. Deshalb lohnt es sich auch, die Strecke von 200 Kilometern eine Tour zu fahren. Ja, so komme ich mit Spritverbrauch, etc., allem drum und dran, auf rund 25 bis 26 Euro pro Gitterbox mit IBC-Container. Und das ist wirklich unschlagbar. Das werden wir jetzt, wie gesagt, als erstes machen. Ich muss mal schauen. Ich weiß nicht, ob ich dort filmen kann. Entweder sehen wir uns dann dort wieder oder auf der Rücktour, wenn ich aufgeladen habe. Und als nächstes geht es dann darum, aus einem IBC-Fass oder einen IBC-Fass möglichst optimal zu nutzen, um Abdeckungen für IBC-Gitterboxen draus zu machen. Aber als erstes, wie gesagt, bin ich jetzt auf dem Weg. Ich hole die IBC-Container ab und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. So, die Gitterboxen oder die IBC-Container sind aufgeladen. Ja, was habe ich natürlich vergessen? Die Kamera hinzustellen beim Aufladen. Aber, alter, die Fahrradfahrer hier, wirklich wie die Blöden. Ja, wie gesagt, Gitterboxen sind aufgeladen. Die ganze Sache mit Aufladen hat aber auch nur 10 Minuten gedauert. Mit Stapler, echt eine feine Sache. Ja, Gorte drüberwerfen, Festzorn. Fertig. Ja, ähm, falls jetzt jemand sagt, ah, zu breit, zu hoch, zu lang, nicht zulässig. Nein, absoluter Quatsch. Ich habe alle maximal Maße eingehalten, ja. Ich darf bis 2,55 Meter breit sein, äh, hab aber eine Breite von 2,40 Meter, ja. Höhe bin ich irgendwo bei knapp 3,10 Meter, ja. Darf ich auch haben. Ich glaube, irgendwas bei 3,50 Meter darf ich haben an Höhe. Ja, die ballern hier lang. Echt der Wahnsinn, gell. Hier ist 70er-Zone, also 70 fährt hier kaum einer. Ich stehe hier gerade am Waldweg, wir haben nochmal kurz Pause gemacht mit den Kids, mit dem Hund nochmal raus, ja, nochmal ein bisschen die Beine vertreten. Jetzt fahren wir noch irgendwo Mittagessen und dann geht's wieder nach Hause. Wie gesagt, 200 Kilometer mit der Ladung, wird schon lustig. Wir sehen uns wieder, wenn ich zu Hause bin, dann geht's erstmal ins Abladen und dann kümmern wir uns, wie gesagt, mal um einen IBC-Container beispielhaft als, äh, Brennholzabdeckung. Ich bin gespannt, ob das so klappt, wie ich es mir vorstelle. Wir sehen uns gleich wieder. Bis dann. Ja, Freunde, weiter geht's mit dem zweiten Teil des Videos. Äh, ich muss mich ja dafür entschuldigen, dass ihr mich vielleicht ein bisschen schlechter versteht. Ich habe momentan kein Mikro. Irgendein Anschluss ist in meiner Kamera kaputt, äh, sodass er den Ton nur sporadisch aufnimmt. Ich hatte in letzter Zeit des öfteren Probleme damit, deshalb habe ich mich jetzt dazu entschieden, bei diesem Video erstmal keinen Ton aufzunehmen und mir künftig dann ein neues, äh, Aufnahmegerät zu kaufen und, ähm, dann darüber den Ton aufzunehmen. Aber heute muss es erstmal so gehen. Es ist leider ein bisschen windig, ja. Ich bin mit dem, äh, IBC-Container gut zu Hause angekommen. Hat alles super geklappt. Ich muss ehrlich dazu sagen, die stehen jetzt auch schon wieder knappe acht Wochen hier. Also ich bin nicht dazu gekommen, hier irgendwo weiterzumachen an dieser Stelle. Auch heute werde ich so machen, ich werde diesen IBC-Container nehmen und, äh, die IBC-Blase ausbauen, ja. Äh, und daraus dann versuchen, ein paar Abdeckungen zu machen, die ich dann auch wieder für die IBC-Gitterboxen nehmen kann, zum Brennholz abdecken. Ich bin mal gespannt. Wie gesagt, ich kenne viele amerikanische Kanäle, die schneiden entweder nur Deckel und Boden ab. Der Rest wird entsorgt und nehmen nur Deckel und Boden als, äh, Abdeckung. Oder dann kenne ich Kanäle, die schneiden sie einmal diagonal durch und haben dann im Prinzip auch nur zwei Abdeckungen. Ich möchte jetzt auch mal schauen, wie viele Abdeckungen man aus einem IBC-Container rauskriegen kann. Dazu baue ich jetzt erstmal die Blase aus, aus der Gitterbox, ja. Dazu muss ich hier vier Schrauben lösen. Hier, hier und die hier drüben, ja. Dann wird, werden die beiden Streben rausgenommen und dann kann man den Container kippen und kann auch die Blase schon rausziehen. Das mache ich jetzt. Ihr seid dabei. Los geht's. So, das ging nochmal fix. Das hat jetzt keine fünf Minuten gedauert. Sogar mit Streben wieder rein schrauben, ja. Ich hab das jetzt auch mit einer kleinen Ratsche gemacht. Wenn man dazu den Schlagschrauber nimmt, ist man natürlich nochmal wesentlich schneller. Dann dauert die ganze Sache zwei Minuten und dann hat man die Blase draußen. So, jetzt geht's darum, aus dieser Blase möglichst viele Abdeckungen zu machen. Ich erhoffe mir, aus einer IBC-Blase fünf Abdeckungen machen zu können. Das erhoffe ich mir jetzt daraus. Ich würde sagen, wir schauen mal, ob das funktioniert. Ich zeichne mal an, ja. Und dann guck mal, ob es was wird oder nicht. Los geht's. So, angezeichnet ist es. Jetzt werde ich die Flex holen, werde das schneiden und dann erkläre ich euch, wie ich mir das vorstelle. Weiter geht's. Bis zum nächsten Mal. 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 Ja, das hat nochmal super geklappt, würde ich sagen. Also, für die IBC-Blase ausbauen mit Schneiden, also anzeichnen und schneiden, habe ich jetzt insgesamt gebraucht ca. 20 Minuten. 20 Minuten für 1, 2, 3, 4 und 5 Abdeckungen. Ich denke, das kann sich sehen lassen. Und zwar 5 aus dem Grund. Aus diesen beiden, die sind ja nun nicht lang genug, um den kompletten IBC abzudecken, werde ich 2 machen. Und zwar schneide ich das Teil nochmal in der Mitte durch und niete eine Hälfte davon mit ein paar Blindnieten an dieses Teil an. Und schon habe ich wieder eine Abdeckung, die lang genug ist. Und beim nächsten IBC bleibt mir dann wieder so ein Teil übrig. Und da habe ich dann noch die eine Hälfte von hier. Ja, also bekomme ich aus einem IBC hochgerechnet sogar 5,5 Abdeckungen. Ja, und das passt dann einfach... Natürlich so rum. Man muss es dann natürlich ein bisschen festmachen, ist klar, gell? Aber passt dann 1A hier drauf. Sowohl die Seiten und Deckel sowieso. Klar, man muss es festmachen, dass es natürlich das Selbstverständlichste ist, liegt das weg. Aber ich sage mal, zwei Stricke drüber gespannt, fertig aus. Wo soll es dann hin? Ja, so, Deckel passt ja ohnehin, ist klar. Diesen bräuchte man sowieso sogar nicht mal extra zu befestigen, sondern da könnte man ja einfach die Streben wieder abnehmen und wieder hier durchziehen. Und schon ist der Deckel fest. Ja, und ja, jetzt wird der ein oder andere von euch sagen, ja, man müsste es doch an der Seite noch abdecken und bla bla. Warum? Braucht man nicht. Holz trocknet eigentlich ja auch, wenn es nicht abgedeckt ist. Aber wenn das jetzt hier von hier oben abgedeckt ist, dann reicht das voll und ganz. Wenn das hier unten ein bisschen an der Seite vom Holz runterläuft, das ist sowas von scheißegal. Ja, wichtig ist, dass nicht der Hauptregen oben drauf kommt. Und das erreiche ich mit dieser Methode auf jeden Fall. Also fünf Abdeckungen aus einem IBC-Container. Das kann sich doch sehen lassen. Das heißt, ich kann mir jetzt einige Gitterboxen wieder so kaufen und kaufe mir ab und zu immer mal eine Gitterbox mit Blase noch drin. Ja, also einen kompletten IBC. Und dann zerlege ich die Blase und habe wieder fünf Abdeckungen. Aber ich habe ja jetzt hier noch eins, zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf IBCs. Also 60 Abdeckungen habe ich erst mal. Das heißt, ich kann mir jetzt erst mal 60 IBC-Container, beziehungsweise nicht ganz 60, ich habe ja hinten noch ein paar, wo ich ein paar Abdeckungen brauche, aber 50 IBC-Gitterboxen kann ich mir noch kaufen ohne Abdeckung und habe immer noch genug, um für jede eine Abdeckung zu bauen. Ich würde sagen, wir gucken uns das nochmal an. Ich hebe dann nochmal mit dem Bagger eine Gitterbox runter. Wir machen nochmal eine Abdeckung drauf auf eine volle Box und schauen uns das Ganze nochmal an. Und dann machen wir Schluss mit dem Video. Weiter geht's. Ich habe gerade festgestellt, dass ich gar keinen Bagger brauche, denn ich habe hier noch ein paar Gitterboxen voll hier unten stehen. Also nehme ich doch gleich mal hier ein Exemplar, um das Beispiel zu demonstrieren. Hier sind allerdings jetzt zwei Gitterboxen, die haben diese Zwischenstege nicht mehr drin. Wenn ihr die Zwischenstege noch drin habt, dann könnt ihr das nämlich, wenn ihr die Gitterboxen nicht allzu voll gemacht habt, also so wie sie jetzt hier ist, könnt ihr die Abdeckung teilweise sogar unter diesen Streben drunter durchziehen. Und sie ist somit eigentlich schon vor Wegfliegen geschützt. Ich werde es trotzdem nochmal mit einem Strick zusätzlich befestigen, aber grundsätzlich würden diese beiden Streben wahrscheinlich ausreichen. Aber hier haben wir die nicht, also müssen wir hier zwei Stricke nehmen. Wir probieren es mal aus, würde ich sagen. Ja, ich würde sagen, passt ganz genau. Ja, gefällt mir sehr gut. Jetzt mache ich noch zwei Stricke dran. Dazu habe ich hier ein bisschen blaue Schnur gefunden. Ob die nun blau, gelb, rot, grün oder schwarz ist, ist eigentlich Wurst. Die hatte ich halt noch verliegen. So. Und wie gesagt, hier hat man noch fünf Zentimeter Platz. Ja, okay. Ja, wenn man so ein bisschen rüberrückt, ein bisschen vermittelt, ist so gut wie das ganze Holz unter dem Deckel. Mir reicht das so aus. Kann sein, dass der ein oder andere für euch jetzt sagt, nee, mir reicht das nicht so. Ich brauche es noch ein bisschen an der Seite runter. Okay, dann macht es anders. Aber ich bin der Meinung, so kann man eine IBC-Blase optimal nutzen. Und man muss im Prinzip nichts davon wegschmeißen, ja. Also wir tun was für die Umwelt, weil diese Blasen, wenn die ausgesondert werden, werden sie ohnehin vernichtet. Also nutzen wir sie noch ein paar Jahre als Brennholzabdeckung. Ich denke mal hier, zehn Jahre hält die locker durch, ja. Und wir tun somit noch ein bisschen was für die Umwelt. Ich würde sagen, das war es von meiner Seite aus für heute. Ich mache Schluss mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, wie immer einen Daumen nach oben und Abo nicht vergessen. Ja. Und bleibt wie immer fleißig und gesund und ciao. Und bleibt wie immer fleißig und gesund.